In der Bundesliga sind die Medizinbälle zurück. Felix Magath soll Hertha BSC vor dem Abstieg retten. Ein typischer Schleifer, der wenig vor modernen Fußball hält. Das erzählt er immer wieder. Sein letzter Trainerjob war 2017 in China. Da konnte er den Verein vor dem Abstieg retten. Aber ist das echt relevant? Die Bundesliga ist ein ganz anderes Level. Ihr merkt, ich bin sehr skeptisch. Lasst uns deshalb mal detailliert auf Felix Magath blicken, auf seine Stärken und Schwächen, was sich Hertha bei dieser Verpflichtung gedacht hat. Also, los geht's. Vorneweg ist wichtig zu sagen, Felix Magath ist einer der erfolgreichsten deutschen Trainer. In seiner Vitrine stehen viele Titel. Dreimal deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger. Als erster Trainer in der Geschichte konnte er das Double verteidigen. Aber Hertha BSC hat ihn aus einem anderen Grund geholt. Magath ist ein Feuerwehrmann. Seine Stärke ist es, Krisenklubs vor dem Abstieg zu retten. Zu Beginn seiner Karriere hat er das echt oft gepackt. Blick mal mal detailliert drauf. Der Hamburger SV steckte 1995 in der Krise. In der Tabelle lag der Verein auf dem vorletzten Platz. Magath kam und erreichte am Ende sogar noch den UEFA Cup. Der 1. FC Nürnberg spielte 1997 in der 2. Bundesliga und lag da auf dem letzten Platz. Magath ließ keinen Stein auf dem anderen. Und zack, der Klub stieg auf. Bei Werder Bremen versuchte Magath 1998 sein Glück. Man lag auf dem letzten Platz. Kurz vor Saisonende flog er zwar wieder raus. Der Verein konnte sich dann aber doch noch knapp retten. Bei den Stationen gab's eine Sache, die was gleich war. Magath übernahm den Job sehr früh in der Saison und hatte genug Zeit, um Dinge anzupassen. Eintracht Frankfurt übernahm er im Winter 1999. Die SGE stand auf dem vorletzten Platz. Am Ende konnte sich der Verein knapp retten. Und beim VfB Stuttgart kam er im Frühjahr 2001. Man lag auf dem vorletzten Platz und auch hier konnte sich der Verein knapp retten. Dort baute Magath später einen tollen Kader mit vielen jungen Spielern auf und wurde ein paar Jahre später sogar Vizemeister. Also, Felix Magath kann innerhalb von kürzester Zeit Dinge verändern und so Erfolg bringen. Auf den ersten Blick wirkt die Idee von Hertha BSC, ihn jetzt zu holen, komplett nachvollziehbar. Aber es hat halt brutale 90er-Jahre-Vibes. Auf den zweiten und dritten Blick sieht das dann aber anders aus. Wie er als Trainer tickt, checkt mal deshalb jetzt mal ab. Eine ganz wichtige Stärke ist die Fitness. Dank ihm ist jeder Spieler körperlich in Topform und könnte einen Marathon laufen. Sein Spitzname lautet Quelix, weil er harte Methoden hat. Und sein Motto lautet, Selbstbegrenzung ist falsch. Jeder kann mehr, als er sich zutraut. Und genau das will er den Jungs zeigen. Wenn sie beispielsweise einen Muskelkater haben, ist es gut. So merkt jeder Spieler, dass er körperliche Schritte nach vorne macht. Diese Disziplin zieht sich durch seine gesamte Karriere. Beim VfL Wolfsburg ließ Magath den sogenannten Hügel der Schmerzen bauen. Er jagte die Spieler nonstop rauf und runter, bis einige nicht mehr konnten. Grafic meinte vor Kurzem, dass er physisch ein Monster war. Auch deshalb wurde er dann in der Bundesliga Torschützenkönig. Der große Vorteil dieses harten Trainings war, bei seinen Vereinen gab's kaum Verletzungen. So konnte er jeweils die besten Spieler aufstellen und aus dem Vollen schöpfen. Und auch das sorgte für den Erfolg. Bei Schalke 04 trainierte Magath sogar einen Superstar, Raoul. Er war schon 33 Jahre alt, im Spätherbst seiner Karriere. Und als Raoul kam, hatte er große Konditionsprobleme. Magath arbeitete deshalb hart mit ihm. Und genau das zahlte sich aus. Raoul meinte selbst, dass er sich dank des Trainings mindestens fünf Jahre jünger fühle. Dadurch konnte er wieder deutlich mehr Spiele machen. Das zeigt, die Methoden von Felix Magath sind vielleicht altmodisch, aber er weiß ganz genau, was zu tun ist. Die Sache ist, um Fitness zu trainieren, braucht er Zeit. Jetzt bei Hertha BSC fehlt ihm genau die. Wir sind schon in der heißen Saisonphase. Also, dass er diese Stärke wirklich nutzen kann, ist relativ unwahrscheinlich. Die Art und Weise, wie Felix Magath wirkt, ist hart und unbarmherzig. So kommen wir zu einer Schwäche, der fehlenden menschlichen Nähe. Er will immer eine gewisse Distanz zu den Spielern haben und vor allem kein Freund sein. Der Grund ist relativ simpel. Magath will sachlich auf faktenbasiert Entscheidungen treffen. Er selbst sagt, dass durch Nähe eher emotionale Entscheidungen getroffen werden. Und das sei ein Fehler. Bitte nicht falsch verstehen. Sollte ein Spieler Probleme haben, kann er natürlich mit Magath reden. Und das wird dann auch ein sehr offenes Gespräch. Aber der Trainer will halt nicht jeden Tag fragen, hey, wie geht's dir und wie geht's dir? Da gibt's total viele Geschichten von Ex-Spielern, sowohl positiv als auch negativ. Traficz meinte, dass Magath ein super Motivator sei. Er fragte, was die Jungs aus ihren Karrieren machen wollten. Und das stachelte sie an. Dazu gab's noch private Gespräche. Sebastian Deißler erzählte da was ganz anderes. Magath schüre Angst, damit sich die Spieler den Arsch aufreißen. Er misstraute angeblich den Jungs. Ja, das klingt heftig. Was bei vielen überhaupt nicht gut ankam, waren die Straftrainings. Da gab's auch zig Beispiele. Bei Schalke 04 mussten die Spieler mal tief im Winter ohne warme Kleidung trainieren. Magath soll den Zeugwart sogar angeschrien haben. Wenn du ihnen Handschuhe und Mützen gibst, schmeiß ich dich raus. In der Zeit hatte er dann auch gleich mehrere Spieler aus dem Kader geschmissen. Der Grund, sie kämpften und liefen nicht genug. Mehr Storys gibt's gleich. Ihr merkt, der Umgang mit den Spielern ist hart. Ich denke, Hertha bräuchte gerade einen Menschenfänger. Jemand, der glaubhaft emotional die Spieler motivieren und mitreißen kann. Aber Magath ist das krasse Gegenteil, deshalb bin ich skeptisch. Wobei, ihm ist eine Sache wichtig. Jeder wird gleich behandelt, es gibt keine Lieblinge. Wenn er bei einem neuen Klub ist, sollen alle bei Null anfangen. Das betont er immer wieder. Jeder kann sich im Training beweisen und die Besten stehen dann auf dem Platz. Das klingt doch eigentlich fair. Eine weitere Schwäche ist die Taktik. Magath ist einfach kein Fan davon. Ihm sind die deutschen Tugenden wichtiger. Sprich, kämpfen und Leidenschaft zeigen. Der Fußball von ihm hat deshalb früher eindimensional gewirkt. Beim FC Bayern wurden viele Bälle hoch und weit nach vorne geschlagen. Roy Mackay kritisierte da, Taktik, welche Taktik? Ja, an dem Vorwurf war definitiv was dran. Magath trainierte damals sehr wenig taktisch. Er sah wohl den Sinn dahinter einfach nicht. Dazu meinte er auch mal, wieso soll er Podolski sagen, wo er hinzulaufen hat? Ja, Hauptsache Mentalität zeigen, das reicht. Gut. Vielleicht hat sich mittlerweile seine Meinung geändert. Aber nee, das glaub ich ehrlich gesagt nicht. Magath hat mal durchblicken lassen, dass er sich vom Zeitgeist nicht verbiegen lassen will. Er bleibt sich treu. Da passt auch eine aktuelle Aussage. Zitat. Jetzt mal im Ernst. Er wirkt komplett aus der Zeit gefallen. Der Fußball hat sich enorm entwickelt. Er ist komplexer geworden. Aber Magath lebt so ganz nach dem Motto, früher war alles besser. Ob das wirklich gut ist, da bin ich skeptisch. Es ist auf jeden Fall riskant. Magath gibt offenbar nur das Grundgerüst vor. Ihm ist stattdessen eine andere Sache wichtig. Die Hierarchie im Kader. Die Führungsspieler sollen sagen, wo's lang geht. Das Problem bei Hertha BSC ist, es gibt aktuell keine Leader, die auf dem Platz vorangehen. Da muss dringend ne Lösung gefunden werden. In der Bundesliga ist jetzt die heiße Saisonphase. Es geht um alles oder nichts. Die Zeit wird knapp. Komplexe taktische Elemente kann man wohl eh nicht mehr einstudieren. Das kann für ihn ein Vorteil sein. Ich denke trotzdem, der Spielstil wird der wichtigste Punkt sein, ob sich Hertha retten kann oder eben nicht. Wenn ein simpler Stil funktioniert, okay, top. Wenn der offensive Fußball aber weiterhin so ideenlos bleibt, dann sieht's düster aus. Als Trainer ist Felix Magath viel unterwegs gewesen. Blick mal deshalb auf seine letzte Station im europäischen Fußball, den FC Fulham. Im Februar 2014 startete die Amtszeit. Seine Aufgabe, als Feuerwehrmann den Klub retten. In der Premier League stand der Verein auf dem letzten Platz mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Achtung, Spoiler, die Rettung klappte nicht. Fulham stieg ab. Sein Ziel war, den Teengeist zu stärken. Deshalb führte Magath ein Ritual bei den Auswärtsspielen ein. Steve Sidwell erzählte das. Abends trafen sich alle in der Hotelbar, um nen Absacker zu trinken. Bier oder Wein. Alle sollten gemeinsam da sitzen und reden, damit ne Einheit entsteht. Für die Engländer war das ungewohnt. Sie dachten, okay, vielleicht ist das irgendeine deutsche Tradition. Sie waren also eher skeptisch. Die harten Straftrainings bekamen sie natürlich auch zu spüren. Auf dem Platz mussten sie sich mal in der Formation aufstellen, aber es war kein Ball da. Magath meinte, ihr wolltet gestern beim Spiel nicht laufen, also werdet ihr heute auch nicht laufen. Mitten im Winter standen die Spieler 40 Minuten ruhig auf dem Platz. Sie durften nicht mal Blickkontakt haben. Dazu gab's noch ne kuriose Story. Brede Hangeland erzählte die mal. Er hatte Knieprobleme. Statt ne Spritze zu bekommen, hatte Magath ne ganz andere Idee. Quark draufpacken, mit Alkohol vermischen und aufs Knie schmieren. Wichtig war noch, bevor er ins Bett ging, sollte er seine Mutter anrufen. Kein Witz, denn die Liebe zu ihr in Kombination mit den Zutaten sollte dafür sorgen, dass Hangeland gesund wird. Hey, wir reden hier vom modernen Fußball mit Top-Ärzten. Die Spieler werden so gut wie noch nie zuvor behandelt. So ne alternative Behandlung wirkt dann komplett aus der Zeit gefallen. Kein Wunder, dass viele Spieler eher skeptisch waren. Felix Magath schaffte es nicht, den FC Fulham zu stabilisieren. Erst stieg man aus der Premier League ab, und dann kam der richtige Absturz. In der zweiten Liga landete man auf dem letzten Platz. Nach sieben Spieltagen flog er deshalb raus. Die Presse schrieb damals, es sei die Regentschaft des Wahnsinns gewesen. Ja, da gab's noch zig weitere Geschichten. Magath meinte nur, dort sei man nur schwer bereit gewesen, die Dinge anzunehmen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, nicht jeder war gegen ihn. Mark Fotheringham kam damals als Spieler zum FC Fulham, und jetzt ist er der Co-Trainer von Magath bei Hertha BSC. Also, diese Amtszeit ist komplett schiefgegangen. Und da muss man schon hinterfragen, ob die Methoden von ihm noch zeitgemäß sind. Für Hertha BSC ist diese Verpflichtung ein großes Risiko. Felix Magath bzw. sein Stil hat zuletzt vor zehn Jahren im Profifußball funktioniert. Den VfL Wolfsburg konnte er damals vor dem Abstieg retten. Machen wir hier mal einen kurzen Rückblick. Im März übernahm Magath den Job. Die Wölfe lagen auf dem vorletzten Platz, mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Die Situation sah sehr ähnlich wie jetzt aus. Der Verein startete eine Aufholjagd und blieb in der Bundesliga. Aber seitdem hat sich, wie gesagt, der Fußball enorm entwickelt. Vor allem Taktik ist wichtiger geworden. Die Konkurrenz im Abstiegskampf hat meistens ein ganz klares Defensivkonzept und ist schwer zu knacken. Es gibt noch viele direkte Duelle. Mit simplem bzw. eindimensionalem Offensivfußball, den man von ihm kennt, wird Hertha da nicht gewinnen. Deshalb bin ich gerade so skeptisch. Felix Magath ist eine Autoritätsperson. Das ist wohl auch der Sinn und Zweck seiner Verpflichtung. Die Spieler werden Respekt haben. Wenn er redet, hört jeder zu. Dazu kann er schnell die Mentalität verbessern. Jeder bei Hertha soll den vollen Einsatz bringen. Ob so auch die spielerischen Defizite verbessert werden, abwarten. Mal ganz simpel gesagt, Offensiv fehlt die Kreativität. Da wird nur auf Geistesblitze der Angreifer gesetzt. 284 Schüsse hat Hertha bis jetzt abgegeben. Das sind die zweitwenigsten in der Liga. Defensiv gibt's da zu viele Aussetzer, also individuelle Fehler. Schon 60 Gegentore sind gefallen. Das sind die zweitmeisten in der Liga. Schlechter ist jeweils nur die Spielvereinigung Goethe Fürth. Ich finde, an der aktuellen Krise sind nicht nur die ehemaligen Trainer schuld. Ganz im Gegenteil, der Kader ist einfach nicht homogen. Sowohl was die Spielertypen als auch die Charaktere angeht. Von außen wirkt das eben nicht wie ein echtes und eingefleischtes Team. Kurz gesagt, die Kaderplanung ist komplett schiefgegangen. Jetzt soll Felix Magath den Verein retten. Das ist tatsächlich eine Wundertüte. Das kann funktionieren, keine Frage. Die Gefahr, dass es schiefgeht, ist aber, finde ich, deutlich größer. Die Konsequenz wäre dann der Abstieg von Hertha BSC. Die weitere Entwicklung werden wir natürlich alle ganz genau beobachten. Die Highlights der Hertha-Spiele in der Bundesliga findet ihr übrigens auf dem Sportstudio Fußball-Kanal. Hier ist eins dieser Highlights, oder wollen wir's lieber Lowlights nennen, verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich Gut Kick, haut rein und ciao. .